So und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen kleinen Session. Wir können jetzt nicht damit rumspielen. Wir sind das. Wir gehen als eine neue Phase. Wir sagen, stoppen wir gleich mal damit. Und was geht's? Deine Stammische Sieg hat deine frühe kulturelle Ausrichtung geprägt. Diese bestimmt die Kurs der Spezialisierung und der technischen Entwicklung der Immunation. Während deine Nation wächst, entwickel deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir deine Welt untereinander zu machen. Setz sie bei sein. Wow. Wir haben ja aggressiv, freundlich, arbeitsam. Also wir haben das nochmal gesteigert, wo wir hier Verbündete uns gefühlt haben. Ja. Mir hört sich wie sie gestorben. Naja gut. Nächste Phase. Dein Stamm beherrscht nun diese Kontinent. Diesen Kontinent und kann vor allem andere die Entwicklung vom einfachen, durfte und stivilisierten Stadtleben vollziehen. Aber ich habe gerade gehört, ich muss nochmal ganz kurz, kurz unterbrechen. Man zahlt nochmal ein Stück runter. Einen Moment, gleich wieder da. So und wieder da. So ein bisschen leiser gestellt. Na dann geht's mal los. Auf den Stadtleben. Was dürfen wir uns jetzt machen? Körper, Däscher, Connector, Tür, Fenster, Rad. Äh, okay. Rathaus benennen. Ach, jetzt sollen wir uns hier, äh, okay. Wie viel haben wir denn? Genau, okay. Das macht jetzt aber... Dich, wa? Äh. Was willst du denn, bitte? Ich saue hier, ich weiß aber nicht so richtig. Hm. So viel leichter. So viel leichter. Es wird ja wirklich, ja. Ich nehme es jetzt zu. Ich sehe über den Säulen, dass die Säulen somit... Es ist ein bisschen flacher. Hm-hm. Was ist das? Was sind das jetzt? Connectoren. Äh, äh, wofür sind die gut? Kann man da noch was draufsetzen? Äh, äh, wofür sind die gut draufsetzen? Ja, cool. Äh, wofür sind die gut draufsetzen? Ja, cool. Äh, wofür sind die gut draufsetzen? Äh, wofür sind die gut draufsetzen? Viel zu groß. So, wie der Säulen, da ist auch Blut. Das sieht ja irgendwie lustig aus. So. Und vielleicht... Hier so eine Türen. Da sind ja immer... Hm, fast immer der Verfolger. Und wieder zurück, ach ja, ähm, was dachte ich hier noch so? Heinz-Drain? Hätte ich vielleicht die geben! Oh! 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 Das habe ich dann mal nicht mitgekriegt! So, äh? Gut, lustig aber! Denkler, da war das! Zack! er ist eine konnektur aber auch mehr machen ich freue das was so etwas zusammen das schaue da das ist geil du bist weg ja ja ich weiß nicht was machen könnte es geht nicht so es geht es geht her her können wir hier art her 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 der das war ja gut genau das ist hier Das kann man so machen, denke ich. welche länge so kann man so machen noch so ein tor machen machen so dass wir in der mittelsetzung das woher der vorsicht die genie drücken so eine jetzt tun wir hier und das die verpacken das passt nicht Ne, mach das nur mal so ein. Bäh. Zack. Okay. Nein, jetzt. Ha. Jetzt. Ach, guck. Äh, na toll. Ja, toll. Jetzt gibt's ja nur sowas. Einfach warten jetzt, eh. Hier. Ja. 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 Das ist irgendwie lustig aus. Sieht irgendwie so, dass sie, äh... Ach, ne. Das hat mir damals eine grüß. Achso. Jetzt mal noch warten. das sieht schon nur interessant aus jetzt mal ich hätte mal so steigt das finde ich ganz schlecht gibt es noch ja das ist das finde ich gut das finde ich gut er hat das wird gut zu lassen ich habe es gesehen wer es die hälfte schon gerade aus dem Rudina ich hab keine ahnung wie nennt man ein rathaus beschreibung äh groß ist egal ob das große kleid schreibt hier ist halt die beschreibung gut weiß ich was klar bezeichnung durch kommers getrennt ach so moment groß so das geld kann ich hier rein beschreibung einer neuen macht so geile was beschreibung da rein nemo du sagst das nemo jetzt bin ich geschwein jetzt bin ich geschwein äh hä kuchen damit kuchen sie habe sich entwickelt ja schon haben wir als fahrer gefunden super super du trittst jetzt in die zivilisationsfaser hin sehr schön jetzt bin ich sehr gespannt was mir ist militärische ach so jetzt soll ich ah ok niedrig langsam kein besägen n k k Ok ok Oh Bucke oh Bucke oh Bucke oh Bucke Ah Hm Ich hätte das gerne ein bisschen... Warte mal Oh jetzt oh jetzt 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 Hehehe So Oh wie geil So Ah es ist doch hier So Zweimal Hat das hin Ist das abstand mäßig Ist das gut? Ich schon he Ah so schön Max Die müssen aussteigen Davor Halt das immer noch hin? Ne Die muss aussteigen Gründer Sieht da schön Ok Militär Vieh So So Na komm Ja So Das ist gut Perfekte Perfekte Ok Was ist das? Sirene? Politico Halt Ich will mal Äh Was ist das Das ist das Das kann ich noch Mitte oder? Das täuscht weil das äh Gefährt gerade nicht genau in der Mitte steht Ne Warte mal ne Nein Aber sieht schon cool aus Nein Aber sieht schon cool aus Ich bin da bitte falsch Vielleicht hier Suchschuldwerfer Ich hab wohl auch noch Was ist das? Äh Äh Hä Was hat denn das Ding? Oh Warte mal das ist wie cool als wenn ich das hier so So Oh Was ist das? Was ist das? Detail ist okay Was haben wir hier? Ah Ok Das brauchen wir definitiv So vielleicht ja Das Video Das sieht doch gut aus Haben wir noch irgendwas anderes? Mit Life Crisis Was ist das? Hier ist noch Gesundheit Und das mal Das macht überall Gesundheit in Tempo Was ist das denn? Ne das passt nicht Das könnte man machen Weißt du noch ein Stückchen Tiefe? So Oh ja das könnte man Kann man da noch so sein? Kann man Kann man Kann man Kann man Kann man Kann man so machen Ne Oh Was ist das? Was ist das? Ist das? Was ist das? Was ist das? spät auch einst du r schon an der jahre st st die betrieb die die nur noch ein ich habe das mit dem kurs feiler und es kommt noch So, wo ist denn er? Hier. So, ha? Immer so kleine Scheinwerfer noch mit reingebaut. So, ich hätte schon gleich noch mehr für das Tempo hier. Das fände ich schon gerne, ne? Das ist so blöd ausseg. Das ist so blöd ausseg, ne? Vielleicht mal halt mehr Tempo, das fände ich schon gut. Das kann man machen, Udo? Übelst du Speed? Das ist so blöd ausseg. Das ist so blöd ausseg. Ach. Was? Nein! Boah, sie was machen wir schon nicht. So. Nein! Also nein! 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 Was ist denn? Nein! 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 Das ist wirklich überreden. Was ist das? Ja! Das ist's! Das ist's! Okay! Das kann man machen! um das Jahr so ist so ist vor Ort für die Katzmaschine er sei was für das ist eine gute die gute Mischung ein bisschen Tempo fände ich noch ganz gut ach, daran kann ich das oh man nein bremsen nein warte warte so ne die hätte ich gerne ganz dünne die kleine ja die haben irgendwie eine andere Farbe ne so fände ich finde ich ganz geckig ne sieht übelst protzig aus aber passt schon was komplex jetzt anzeige ist diese anzeige voll kannst du keine weiteren teile hinzufügen ja es ist schon sehr komplex einmal es geht noch einmal es geht noch drauf aber dann ist ich ne war das noch so jetzt die farbe oh gott ja nein sowas so vielleicht mehr in die orange richtung hätten wir da was hätten mal nein das ist erst wie holz nein nein das ist wirklich holz boah nein so hier nö 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 o du nö 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 machen über das hier war das wieder die namensnummer die kannten sind das verweist ja so die türbe passt nicht rein elegant ja es hat schon die grüße kann so keine ahnung gefährlich schnell und gefährlich I tell you what is the pole das sollte ich gut komm, na gut, nehm mal den erst bin ich geschmackt, jetzt bin ich geschmackt was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt da dauern sie nicht lange, da können wir ins Welter also, du musst sehen, meines ist vorhin auch mit hier unten die würde ich gerne noch ein bisschen ändern ja, unser erstes Fahrzeug, geil ah, jetzt habe ich unser Territorium hier ok, cool das Zeit der Technologie und des Transportwesens ist angebrochen deine Stadt ist die erste auf den Verleten, aber deine Spezies folgt nicht mehr nur dir schon bald werden andere Stimmen entstehen abbaut von was abbaut von Vertretern deiner eigenen Spezies du musst sie einen um den Fortschritt voranzutreiben ah, ok du kolonisierst jetzt du kontrollierst jetzt die Fahrzeuge und die Stadtplanung der Nation beginnend mit der ersten Stadt du musst mit anderen Nationen interagieren sobald sie auftauchen um am Ende die globale Herrschaft zu erreichen werfen wir einen Blick auf deine Fortschrittsanzeige wuch ok das ist deine Fortschrittsanzeige ja, das kennen wir ja schon jede Stadt die du oberst konvertierst oder verkaufst bringt dich dann im Ziel, um den gesamten Leben zu kontrollieren ich kann dir auch kaufen, cool du kannst die Kamera frei über die ganze Zeit bewegen dadurch hast du einen besseren Blick ach so, ich kann jetzt ringsherum einmal kann ich dich weggehen halt so hier ah, ok ok, crazy das ist, das ist cool jetzt kann ich hier echt überall ja, ok so, wo sind meine Leute halte meine Meisters nicht gedrückt, um die Kamera zu neigen ja, das kann ich doch schon das kann ich doch schon guck guck, wie fein ich das kann guck ich wege die Kamera mit den Pfeiltasten wiii zoom die Kamera mit dem Ausrot wiii so kann ich jetzt endlich das klick auf dein Fahrzeug so hä so was ist das was ist das was kann ich schon machen so ich suche in der Nähe nach einem Gewürz Geyser wie diesen klick ihn an und schicke dein ein Fahrzeug zu ihm um ihn in Besitz zu nehmen Gewürz Gewürz ist ein wertvollsandes Gut geworden wenn du es erfährst klingelt die Staatskasse RAN das die Ziele der Nation werden hier angepasst kann man ja schon ja ein Gewürz Geyser komm schon mach oh hier hier oh wie der abgeht haha geil ey komm das ist doch Hammer wie du siehst hat der von dir er oberte Gewürz Geyser nun die Identitätsvorbereitung angenommen hier ah ok Klicke auf der Übersicht gerade auf dein Rathaus und die Kameraden zu bewegen ok hier ist noch eine nemo ah das haben wir ja schon alles das haben wir ja schon alles ein Haus jetzt muss ich ja jetzt einzelne oh Gott da verschaffe ich mach eine kurze Pause erstmal und dann beginnen wir gleich mit dem Hausbau bis die das die